Im Newsletter letzte Woche habe ich ein paar Tipps zum Thema rote Farben im Aquarell gegeben und mit der heutigen Aquarellinspiration möchte ich an dieses Thema anschließen und zwar am Beispiel einer roten Rose, dieser Knospe hier, die es ab März auch im Mitgliederbereich als komplett vertonte Anleitung in Echtzeit geben wird. Hier wie gesagt möchte ich dir gerne eine Aquarellinspiration geben. Vielleicht weißt du ja, dass ich für meine Blüten meistens mit der Nass-Nass-Technik arbeite. Diese Technik ist besonders für Anfänger auch geeignet, da man sehr viel Zeit hat, sein Objekt zu modellieren. Das heißt also ich starte erst einmal mit einem Wasserauftrag und dort hinein gebe ich dann meine Aquarellfarbe und wie du hier schon erkennen kannst, starte ich immer erstmal mit einer sehr hellen, wässrigen Farbmischung, das heißt viel Wasser, wenig Pigment. Im Aquarell nennen wir das lasierende Farben. Ja und mit diesen ersten hellen Farben schaffe ich mir erst einmal eine Basis für die Blüte. Das heißt ich schaue mir mein Motiv erst einmal an und versuche herauszufinden, welche Farben ich denn überhaupt entdecken kann. In dieser Blüte sehe ich jetzt hier ein warmes Gelb und Rot Töne und genau das wird jetzt auch meine Basis für diesen ersten Farblayer, also den ersten Farbauftrag. Und dank der Nass-Nass-Technik, also durch meinen ersten Wasserauftrag, können die Farben sich jetzt hier auf dem Papier miteinander vermischen. Anders als bei den Trockentechniken zum Beispiel, vermischen sich die Farben bei den Nass-Techniken automatisch. Sie bluten im Wasser also etwas aus und dadurch ergeben sich ganz sanfte Übergänge. Ja und die gleiche Technik wende ich auch hier für den Stängel an und auch dort schaue ich mir wieder ganz genau meine Fotovorlage an und studiere, welche Farben ich denn überhaupt im Motiv erkennen kann. Gerne möchte ich dir empfehlen, bei diesem ersten Farbauftrag wirklich sehr, sehr hell zu arbeiten. Startest du bei deinem Aquarell-Motiv sofort mit der kräftigsten Farbe, dann kann es sein, dass dein Motiv relativ schnell sehr starr und fest wirkt. Vielleicht ist dir das ja bei deinen Motiven schon mal aufgefallen, dass dir so ein bisschen die Lockerheit oder die Leichtigkeit im Aquarell fehlt. Dann ist mein bester Tipp an dich, wirklich erstmal mit einer sehr hellen Farbe zu starten und dann dein Aquarell aufzubauen mit jeweils dunkleren Farbtönen. Für dein Aquarell kannst du mit zwei Farbaufträgen, mit dreien, mit vieren oder sogar auch mit sieben Farbaufträgen arbeiten. Wenn du mit zum Beispiel nur zwei Farbaufträgen arbeiten möchtest, dann sollte deine Farbe im zweiten Step relativ deckend sein. Deckend im Aquarell ist aber nicht das gleiche wie deckend zum Beispiel bei Guache oder anderen Maltechniken, denn im Grunde genommen gibt es im Aquarell keine wirklich deckenden Farben. Hier möchten wir also, dass immer noch etwas von der ersten Untermalung oder auch der zweiten, dritten Untermalung durch die letzte Farbschicht hindurch schimmert. Das macht nämlich die Brillanz in deinem Aquarell aus. Wenn du Lust hast, diese oder weitere Rosen oder auch andere Blumen und Grünpflanzen zu malen, dann komm gern in den New Design mit Mitgliederbereich. Diese Rosenknospe, wie gesagt, steht dir ab März 2023 zur Verfügung. Im Mitgliederbereich erwarten dich übrigens nicht nur Aquarellanleitungen, Schritt-für-Schritt-Anleitungen, sondern auch sehr viele hilfreiche Tipps, zum Beispiel wie du dein Papier lagern kannst, Tipps zum Farben mischen, Tipps zu Vorzeichnungen oder auch viele unterschiedliche Aquarellinspirationen im Bereich 20 Kreativminuten. Dort liegt der Fokus darauf, dass wir wirklich hübsche Motive umsetzen und das in maximal 20 Minuten. Außerdem hast du jeden Monat die Möglichkeit, deine Bilder in der Bildbesprechung hochzuladen. Ja, und dann treffen wir uns einmal im Monat live und ich gebe dir Feedback zu den Bildern. Wir probieren unterschiedliche Techniken aus und wirklich eins zu eins geht es dann um dein Motiv und deine Fragen. Und falls du einmal nicht live dabei sein kannst, gibt es dann natürlich auch die gespeicherte Aufzeichnung für dich. Mittlerweile bin ich jetzt hier schon bei meinem dritten Farbauftrag und jetzt ergänze ich hier Details wie zum Beispiel die Blattadeln in den Blütenblättern. Falls dir feine Linien mit deinem Aquarellpinsel nicht so leicht von der Hand gehen, dann habe ich hier eine Playlist für dich zusammengestellt, wie du feine, aber auch breite Linien bewusst mit deinem Pinsel erzeugen kannst. Schau gerne mal rein und abonniere auch am besten meinen YouTube-Kanal, damit du den nächsten Tipp nicht verpasst. Übrigens gibt es auch im Newsletter immer wieder spannende Tipps rund ums Thema Aquarell. Und falls du dich für den Newsletter anmelden möchtest, findest du den Link dazu in der Videobeschreibung, genauso wie auch den Link und weitere Infos rund um den Mitgliederbereich. Ja, und damit wünsche ich dir wie immer viel Spaß beim Malen. Bunte Grüße, Christine. Chübert Super